Ich glaube bei der Geschwindigkeit. Mann, der Scheiße, wieso ich den kriegen? Der macht rein, der macht rein. Der macht rein. Was? Der kann aber kleine Geschwindigkeiten. Das ist der eine, glaub mir. Wenn der schon so behert. Mann, wieso ich den kriegen? Kriege ich mich hier und muss ja da vorne. Und ich tippe mit dem Blick, wie ich mit dem draufgegangen bin. Warte, das schiebe ich jetzt auf. So, so.